Wenn ich die Organuhr kenne und sie auch anzuwenden beherrsche, dann heißt das, ich kann das Optimum für mich herausholen und somit natürlich den Alltag viel besser rocken als das andere machen. Herzlich willkommen zur Gesundheit mit Florian Sauer und Andreas Paffra, deinem Podcast für ein gesünderes, vitaleres und glücklicheres Leben, Folge 9. Heute, Florian, ein ganz besonderer Tag, denn heute, während wir diesen Podcast hier aufzeichnen, ist es gerade mal zwei, drei Stunden her, nach ein paar mehr sind es, glaube ich, noch fünf Stunden her, dass der Podcast offiziell gelauncht, also veröffentlicht wurde und wir sind noch so ein bisschen angespannt, denn die letzten Tage waren doch sehr arbeitsintensiv. Wir haben ganz, ganz viel vorbereitet, dass das hier alles rund läuft und an dieser Stelle, alle, die zuhören, auch nochmal ganz herzliches Dank für die vielen guten, tollen Feedbacks. Wir haben ja im Vorfeld eine Umfrage auch gemacht, es sind 1300 Leute, die haben uns da ein Feedback gegeben, also wenn du mit dabei warst, auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ja, Florian, heute geht es um die Organuhr, das Leben im natürlichen Rhythmus. Genau, im Einklang mit der Natur, ja, jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere die Organuhr, also eine Eieruhr kenne ich ja vielleicht, oder eine Uhr an der Wand, ja, aber die ist ja bitteschön eine Organuhr, Florian. Also Andreas, es gibt ganz wichtige Grundregeln, wenn ein Mensch anfängt, sich wirklich mit Gesundheit zu beschäftigen, auseinanderzusetzen. Da geht es nicht darum, vegetarisch, vegan, alles esser Instinkto zu sein und so weiter, oder gleich Bio zu kaufen, sondern es geht erstmal darum zu schauen, wie funktioniert mein Körper denn, denn es gibt ja die vier Jahreszeiten, Sommer, Frühling, Herbst und Winter, wie man kennt, es gibt Ebbe und Flut, es gibt Tag und Nacht positive, negative Elektronen und die Natur hat sich natürlich für unseren Körper auch hier sowas wie ein Grundgesetz ausgedacht. Und wenn du dich daran hältst, dann hast du gute Karte. Ja, wenn du dich daran hältst, ja, und das wird uns ja heute schwierig gemacht, denn im Gegensatz zu vor, sag ich mal, 200 Jahren, haben wir ständig Licht, ja, wir können die Nacht zum Tag machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir werden ständig beeinflusst durch verschiedenste Medien und Arbeitszeiten. Wir können um die Welt reisen, die Zeitzonen verlassen. Es gibt so viele Sachen, die uns aus dem Rhythmus bringen können. Wie sähe es denn aus oder was ist denn, wofür ist es denn wichtig, die Gesetzesentur zu wissen? Was ist der Vorteil für mich, wenn ich mich danach richte? Naja, Andreas, weißt du, wir merken ja immer, wenn wir zum Beispiel uns einen Technikprofi ranholen, dann merken wir, der ist in diesem Bereich besonders begabt. Dann haben wir mal einen Küchenchef bei uns, dann merken wir, boah, der kann toll kochen. Dann habe ich einen Schreinermeister, sage ich mir, oh, kann der tolle Holzmöbel machen. Und das heißt also, wenn ich mich mit etwas auskenne, dann werde ich Herr der Lage, ich werde zum Player, ich kann mir damit alles erlauben. Und wenn ich die Organuhr kenne und sie auch anzuwenden, beherrsche, dann heißt das, ich kann das Optimum für mich herausholen und somit natürlich den Alltag viel besser rocken, als das andere machen. Ja, okay. Das heißt, das ist eigentlich ein Grundlagenwissen, was jeder wissen sollte. Denn wenn ich mich also darauf einlasse und so ein bisschen weiß, wann ich was machen sollte oder wann ich was lieber nicht machen sollte, dann habe ich, wenn ich das richtig verstehe, am Ende mehr Energie und kann einfach meinen Körper auch besser verstehen. Naja, das kommt darauf an. Es ist ja so, dass wenn ich die Organuhr richtig beherrsche und weiß, für was sie da ist, dann weiß ich ja auch, dass sie zum Beispiel für die Stoffwechselabläufe des Alltags tagsüber und nachts über regulierend ist. Also sie ist auch für die Entgiftung da, für den Energiehaushalt ist sie da, für die Verdauungsabläufe im Alltag, aber auch für unsere Stimmungen. Und das ist natürlich eine ganz wesentliche Sache, ob ich mit Freude und Energie geladen zur Arbeit gebe und ob ich früh aufstehe und sage, oh, ich bin total schwach und müde, ich komme nicht richtig in die Pötte, woran liegt das nur? Und denke immer gleich, dass es am D3-Mangel liegt, dabei hat es ganz andere Ursachen. Ja, okay. Gib uns mal ein ganz einfaches Beispiel, wo ich erkenne, das ist Organuhr 1a, daran kann man das erkennen. Gibt es da irgendwas? Naja, zum Beispiel, dass immer am Morgen nach dem Aufstehen ein Stuhlgang kommen muss. Das ist sozusagen ein ganz wichtiger Faktor für die Organuhr, weil der Körper ja nachts entgiftet und am Tagsüber aufnimmt. Also muss er ja nach der Entgiftung auch immer Ausscheidung haben, deswegen muss er am Morgen nach dem Aufstehen auch immer erstmal ein Stuhlgang kommen. Das ist ein ganz wichtiges Indiz für eine gut funktionierende Organuhr. Okay, gut. Also wenn ich mich ordentlich ernähre und mein Darm halbwegs intakt ist, dann habe ich morgens regelmäßig Stuhlgang. Wenn ich es nicht habe, dann habe ich ein anderes Problem. Aber wenn ich es dann habe, dann ist das ein Zeichen dafür, okay, das kommt immer zur gleichen Zeit und dann irgendwann ist es ja, dass ich es dann nochmal habe und dann ist es meistens irgendwie später Nachmittag. Genau. Also heißt, wenn da Fehler entstehen, Andreas, dann heißt das Problem schleift sich in den Tag mit hinein und baut sich mit anderen Problemen auf. Und das in Relation über Tage, über Wochen sorgt dafür, dass die Menschen schwächer, kränker, depressiver, manischer und trauriger werden. Und das wollen wir nicht. Okay, also es macht Sinn, halten wir fest, dass ich mich damit ein bisschen auskenne, weil es einfach für mich Vorteile bringt auf verschiedenen Ebenen. Emotional, mehr Energie, Ruhezeiten kann ich besser ausnutzen und solche Dinge. Das wichtigste Konzept für mich, Andreas, wäre hier, jung zu bleiben. Also das Geheimnis von Jugendlichkeit liest man aus der Organuhr. Wer die Regeln richtig beherrscht, hat auch ins hohe Alter eine frische, klare, leuchtende Ausstrahlung. Na, das klingt nochmal verlockend. Also, dann lass doch mal die Organuhr durchgehen. Und wir haben im Vorfeld schon mal geguckt. Also wenn du die Möglichkeit hast, mitzugucken, dann kannst du einfach mal nach Google gehen und dort mal suchen nach. Da gibt es einfach mal ein TCM für traditionelle chinesische Medizin und dann das Stichwort Organuhr. Und dann kannst du noch Generation Pille. Das ist eine Seite, da dreht sich alles um die Pille und da gibt es eine schöne Organuhr. Es gibt auch ganz viele andere Seiten, auch die Organuhr. Das war bei einem, die schön groß ist und deshalb haben wir die jetzt mal ausgesucht. Das verlinken wir auch in den Shownotes. Auf grünundgesund.de gibt es ja zu jedem Podcast immer wieder auch die Texte. Und wenn du die Folge 9 suchst, dann gibt es da auch die Links zum draufklicken. Okay, also, dann fangen wir doch mal an. Wo fangen wir mit dieser Organuhr denn an? Denn sie ist ja folglich 24 Stunden lang. Wir gehen jetzt mal so in vier Blöcken durch. Ich würde vorerst erstmal zu Organuhr noch was sagen. Ja, bitte. Das heißt, tagsüber, sagen wir mal von frühs um 5 an bis abends um 19 Uhr, haben wir den Bereich der Extrovertiertheit. Das ist der Tag. Das heißt Aufnahme. Da nehmen wir Dinge von der äußeren Welt, wir sind ja wach, nach innen auf. Und am Abend gehen wir in die introvertierte Phase über. Das ist die Nacht. Da wird das Innere, das wir tagsüber aufgenommen haben, verarbeitet. Deswegen schlafen wir da auch, weil der Körper da ganz spezielle Prozesse hat, über die wir gleich reden werden. Also würde ich jetzt mal sagen, okay, die Organuhr hat am Vormittag sozusagen den Frühling. Mittags bis zum Nachmittag hat es den Sommer. Dann im Abend hat es den Herbst und in der Nacht hat es den Winter. Ja, da fällt es uns einfacher, die Sachen gleich komplexer zu verstehen. Ja, okay. Und von der Uhrzeit her würde ich jetzt mal sagen, Andreas, nehmen wir uns mal Abend 19 Uhr heraus. Und da fangen wir einfach mal an. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt in diesen vier Jahreszeiten durch die Uhr durch. Das ist doch ein schönes Bild. Und fangen jetzt sozusagen mit dem Herbst an. Ja? Genau. Und Andreas, in meinen Kursen, du warst ja selber schon mal bei uns in der Leberreinigung in Haselbach. Da fallen immer allen die Kinnlade runter, weil ich sage immer, ab 19 Uhr sollte man was nicht mehr machen? Ja, nichts mehr essen sollte man ab 19 Uhr. Und dann sagen die, was? Was ist mit meinen Chips? Da gucken sie mich immer alle an. Da sagen sie immer, ich komme von der Arbeit heim. Wie soll das gehen? Die ganzen Geschäftsessen, soziale Kontakte. Du kannst doch nicht alles über den Haufen schmeißen. Sag ich, du, ich will dich gar nicht angreifen mit deinen sozialen Kontakten. Es geht mir nur darum, dir die Organuhr zu erklären. Und was du dann daraus machst, ist dein Ding. Ich will dir nur erklären, wie es richtig geht und woran wir versuchen, uns dran zu halten. Denn um 19 Uhr, Andreas, sind wir, wenn wir auch mal auf die Organuhr gucken, im Perikard. Das heißt, Perikard, das sind die Gewebshäute, der Herzhülle sozusagen. Und die tauschen hier ihre Flüssigkeiten aus. Man sieht also, dass der Herzrhythmus hier in einen Umstellungsprozess geht. Nämlich der Körper bereitet sich sozusagen auf die Entgiftung vor in der Nacht. Da müssen Gewebsflüssigkeiten ausgetauscht werden. Und deswegen spricht man hier von der Perikardzeit, die Wandlungsphase, auch wo der Magen langsam runterfährt. Und deswegen sollte man in dieser Zeit auch nicht mehr so viel essen, weil ja die Verdauungshäfte sich in der Nacht dann runterfahren, weil wir ja in den Schlaf hineingehen. Und da sollte natürlich der Magen dann leer sein. Weil der Magen hat zu dieser Zeit die schlechteste Energie. Und deswegen ist es auch nicht gut zu essen, weil sonst unverdaute Nahrung über Nacht in den Darm kommt. Und das kommt zur Gärvollnis. Das sorgt dafür, dass die Leute, die früh aufstehen müssen, Blähungen haben, viel pupsen müssen, stinken und den ganzen Tag über auch rückvergiftet sind. Auch das wollen wir nicht. Und deshalb sollte man ja hungrig ins Bett gehen. Das erklärt das auch. Richtig. Und klar, was ich abends esse, es bleibt die ganze Nacht drüber drin. Es gibt Dinge, die gehen schnell durch normalerweise. Aber wenn ich mir abends halt Obst reinschiebe und dann vielleicht vorher noch Käse oder Fleisch oder sonst irgendwelche Dinge in Verbindung bringen, dann gibt es natürlich über Nacht die schönste Gärung im Darm. Richtig. Nicht so gut. Und bei Kochkost hat man das Problem nicht. Also wenn ich sehr spät nach 19 Uhr essen würde, dann würde ich mehr Kochkost essen. Warum? Durch das Kochen ist die Nahrung schon denaturiert. Sie ist schon tot. Es kann nicht mehr so schnell zur Vergärung kommen. Und wenn der Kot nach 8 Stunden wieder ausgeschieden wird, dann kommt es auch nicht zur Vollnis. Bei Rohkost ist es schwieriger. Der Salat, der innerhalb von 40 Minuten im Körper anfängt zu gären, sorgt natürlich dann für Blähungen. Und das ist das Problem, was die Rohkostler immer haben, wenn die sehr spät nach 19 Uhr noch grünes Blattgemüse in Mengen zu sich nehmen. Ja. Okay. Gut. Ja? Jetzt gehen wir so langsam weiter in die Nacht rein. In den Winter. Genau. Dieser Bereich, Perikard, ist 19 bis 21 Uhr. Also man spricht ja von einem toleranten 3-Stunden-Part. Mhm. 3 Stunden. Genau. Okay. Ja. Ja. Was meinst du, warum 3 Stunden? Ich meine, warum ist es bei dem einen 19 Uhr, bei den anderen 20 Uhr, bei dem anderen 21 Uhr? Du meinst diese Toleranz jetzt da an der Stelle. Richtig. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also ich meine, jeder tickt ja auch ein bisschen anders. Es ist ja wahrscheinlich auch nicht so 1 zu 100 Prozent getaktet. Genau. Jeder Mensch ist anders. Es geht ja fließend irgendwie. Genau. Und es gibt auch die Nachtäulen, die frühs länger schlafen, aber abends länger wach sind. Die Schichtarbeiter gibt es zum Beispiel. Es gibt die Zeitverschiebungen, Sommer-Winterzeit. Deswegen ist es ein Richtwert, man sagt zwischen 3 Stunden. Und jeder zeichnet die Organe für sich nochmal, um genau zu wissen, wie sein Körper funktioniert. Ja, macht Sinn, ja. Wir kommen, genau. Und ab 21 Uhr, Andreas, wenn dieser Perikard abgeschlossen ist, kommen wir in den dreifachen Wärmer. Und der dreifache Wärmer ist der Umstellungsprozess von der extrovertierten Introvertiertheit. Der Körper fängt an zu entgiften. Und das ist der Bereich, wo wir schlafen sollten, jawohl. Zwischen 21 Uhr und 23 Uhr sollten wir schlafen. Kein Tatort, keine Heute-Nachrichten. Ja. Oder Tagesschau oder RTL News oder ProSiebenNews oder keine Ahnung, was es da alles gibt. Genau. Die spannendsten Sachen kommen am Abend, wie wenn keiner möchte, dass wir abends zeitig ins Bett gehen und der ganze Dummfernsehen sozusagen, der kommt am Morgen. Das ist total spannend, was keiner sehen will, kommt am Morgen. Und die besten Sachen, auch die besten Arte-Sendungen kommen am Abend. Aber es ist wirklich so, Andreas. Der Vormitternachtsschlaf ist für die Schönheit da. Das heißt, für das äußere Cleaning. Und der Nachmitternachtsschlaf ist für die organische Reinigung da. Wenn du keinen Vormitternachtsschlaf hast, hast du auch keinen Nachmitternachtsschlaf. Weil der Übergang in die Entgiftung, gerade Leber und Galle, das kommt jetzt gleich, ist so wichtig. Und das ist oft das Problem, dass viele Menschen nicht einschlafen können, dass sie nachts aufwachen. Und dieser dreifache Wärme, dieser Umstellungsprozess in diese Tiefschlafphase hinein, der ist so gegen 24 Uhr, 1 Uhr nachts abgeschlossen. Das ist die Zeit der Gallenblase. Okay, und jetzt wird für mich auch klar, wo du sagst, mit Entgiftung und so weiter, das nicht funktioniert. Warum es auch für die Schönheit wichtig ist, wenn ich also regelmäßig vor Mitternacht ins Bett gehe, ist das sozusagen mein Schönheitsschlaf, weil mein Körper so funktioniert, wie er eigentlich sollte und nicht die Gifte irgendwo hin verteilt, sondern es wirklich zur Ausscheidung bringen kann. Genau, und dieser Umstellungsprozess ist ja die Gallenzeit. Also da ist die Gallenblase sozusagen aktiv und die Gallenblase steht für Abwehr, sie steht für Kraft, was ist möglich, was kann ich heute alles verdauen, was muss ich heute Nacht alles abwickeln, was habe ich heute alles geleistet. Und das ist so eine Geschichte zwischen Kraft und Nervensystem. Der Körper geht in den Parasympathikus, er geht in die Entspannung, in die tiefe und der bewusste Phase hinein, um überhaupt entgiften zu können. Anders ist diese Darmentgiftung gar nicht möglich. Okay, ja, jetzt geht's weiter. Weiter geht's. Genau, wir kommen in die nächste Phase. Das ist dann der Leberstoffwechsel, der zwischen 0, also zwischen 1 Uhr nachts und 3 Uhr stattfindet. Und ganz spannend, Andreas, das war die Zeit, wo ich früher in meiner größten Problematik meiner ganzen Erkrankung immer aufgewacht bin. Ja, es gibt viele Leute, die nachts in dieser Zeit wach werden und sich rumwälzen und nicht einschlafen können. Ist ein Zeichen dafür, dass das Blut zu viele Fette, zu viele Cholesterin hat, dass wir unter der Fettleber leiten, dass der Fettstoffwechsel nicht funktioniert, weil die Leber sehr verschleimt ist. Da empfehle ich natürlich, Leber-Gallenblasen-Reinigung auf jeden Fall durchzuführen. Da spürt man die Energie, aber erst mal das wahrzunehmen, dass dann da vielleicht auch Hunger entsteht, dass Süchte entstehen, wo man nachts Müsli isst oder Weißmehl oder Schokolade oder vielleicht sich nochmal ein Bier einschenkt, aber wenn man dann total hibbelig wird und gar nicht mehr schlafen kann, ist eben die Folge, dass die Leute gar keine Erholung haben in ihrem Schlaf, wenn der Körper nachts nicht liegend, ruhend, schlafend entgiften kann. Und da ist die Leberphase essentiell, die beschreibt unser Leben. Und wer das Leben der Leber nicht richtig lebt, der kann das Wort Leber rückwärts sprechen, er wird zum Rebell und das zeigt sich in dieser Nacht. Okay, nachts werden wir alle zum Rebell. Weiter geht's. Das ist die Uhrzeit 1 bis 3 Uhr. Danach gehen wir in einen Entgiftungskörper Lunge höchste Energie über. Warum? Weil das, was die Leber entgiftet, das, was als Säuren dann im Blut ist, was zum Teil dann über die Nieren ausgeschieden werden soll, wird ja auch über die Lunge abgeatmet. Das heißt, das Kohlendioxid wird zusammen über die Lunge, Kohlensäure, ist ja Kohlendioxid, wird abgeatmet und das bringen wir in der Nacht im Schlaf heraus. Man kennt das dann auch am Morgen, wenn man aufwacht, der Gäner. Das macht Hund und Katz, aber auch der Mensch. Ja. Okay, so und dann kommen wir auch schon in die Dickdarmzeit. Das heißt, dann kommen wir in die Zeit, wo der Stuhlgang denn auch schon wieder losgeht, wenn man denn früh aufsteht um die Uhrzeit. Genau, Lunge und Dickdarm ist ein Element, das gehört zusammen, das ist das Metallelement. Beide stehen für Kraft. Das heißt, das wichtige Atmen am Morgen, das Aufstehen, Gähnen, sich strecken und so weiter ist so wichtig, damit im Darm der Stuhlgang eingeleitet werden kann, am besten vor dem Frühstück. Und du weißt ja, Andreas, du siehst das genauso wie ich, wir sagen immer, der Stuhlgang muss zwischen 7 und 10 Uhr, muss der eigentlich kommen, vielleicht sogar auch gerne vor 7. Ja, genau, wenn man schon wach ist, es gibt ja Studenten, die stehen erst, weiß ich nicht, kurz bevor die Läden schließen, aber jeder hat da so seinen eigenen Rhythmus. Ja, richtig, also wenn du schläfst, dann schläfst du natürlich, aber bei mir ist es so, ich stehe so zwischen 6 und 7 immer auf, ich brauche gar keinen Wecker zu stellen, ich muss aufstehen, weil mein Körper aufs Klo muss und zwar richtig groß. Ja, okay, das ist auch ein schöner Wecker. Okay, also, dann machen wir ein bisschen weiter, Dickdarm, jetzt kommt der Magen. Genau, nach der Dickdarmzeit kommt der Magen zwischen 5 und 7 Uhr. Ja, okay. Zwischen, Quatsch, sorry, Entschuldigung, es war falsch, zwischen 7 und 9 Uhr, danke Andreas. Und das ist diese Zeit, wo man erst anfangen dürfte, etwas zu essen. Und hier etwas Schweres oder etwas Leichtes, was meinst du? Ja, leicht auf jeden Fall, beziehungsweise, also ich kann da noch gar nichts essen, bei mir geht das erst so ab 11 Uhr meistens esslos, vorher brauche ich gar nichts essen. Na, isst du da gar nichts oder gibt es bei dir trotzdem irgendwann mal früh so um 8, 9 Uhr? Früh, das zähle ich nicht als Essen, aber du hast so recht, ich trinke morgens meistens Gemüsesäfte, was ganz leicht ist, aber das ist ja, das geht ja so durch, sag ich mal. Richtig. Und weißt du noch, früher, da haben wir gelernt bekommen in der Ernährungsberatung, man isst frühs wie ein Kaiser hier in König. Kann ich ja sagen, richtig schön, dick Vollkorn, Müsli, ja. Heutzutage weiß ich, dass das völliger Blödsinn ist, der Schulmedizin, das ist genau andersrum. Wir müssen frühs ganz feine, leichte, verdauliche Nahrung zu uns nehmen, weil der Dünndarm hier noch gar nicht aktiv ist, das heißt, die Sachen müssen sich selbstverdauen, durch gutes Kauen, gutes Einspeichen. Und da trinken wir meistens Säfte oder Smoothies, der Energiekick sozusagen vor der Arbeit oder vielleicht mal ein Haferporridge, also leicht verdauliche Sachen oder angekeimte Samengedreide mit einer Mandelmilch, solche Sachen, die auch leicht verdaulich sind. Aber es geht einfach nicht, dass man frühs mit Toast, Kaffee, Marmelade, Weißmehlbrötchen und Orangensaft anfängt, weil das sind viel zu viel Kohlenhydrate. Der Kohlenhydratstoffwechsel geht hoch, dann sind wir nachmittags wieder müde. Das haben ganz viele Leute, die frühs eben völlig falsch anfangen und das wollen wir hiermit ändern. Aber es gibt ja Kaffee. Aber da ging es in der letzten Folge darum, ja, genau. Genau, sag mal, Andreas, da gibt es doch noch mal was zu erwähnen, das ist doch wichtig zum Kaffee. Ja, das können wir noch mal nachreichen, aber das bringen wir in die letzte Folge sowieso noch mal rein. Also das mache ich aber zum Schluss. Unser Geschenk für eine Bewertung auf iTunes, da gibt es dann ein schönes Video, unter anderem, wo du erklärst, wie man den Kaffee, alternativen Kaffee herstellt. Aber da sagen wir zum Schluss gleich noch mal was zu. Genau, wir wissen also jetzt, dass wir frühs mit einer leichten Ernährung in den Tag gehen sollen und nicht mit einer schweren, weil wir erst zwischen 9 und 11 Uhr in den Bereich Milz und Pankreas kommen. Das heißt, die Verdauungssäfte werden dann von der Bauchspeicheldrüse für die Neutralisation und auch Lebergalle eingespritzt. Das ist die Verdauungsenergie geht den nächsten Step hoch. Der Körper kann es auch selber machen. Und natürlich ist der Bereich der Milz hier energetisch sehr hoch. Das heißt, die Nährstoffverteilung im Körper, was ist jetzt schon gekommen, wo kann ich es aufbauen, wo gehe ich jetzt in die höchste Energie hinein, wird hier auch vom Körper her entschieden. Ja. Und danach, also erst nach 11 Uhr. Richtig. Nach 11 Uhr ist der Frühling beendet. Dann gehen wir in den Sommer hinein und dann haben wir die herzenergetisch höchste Phase. Das heißt, jetzt kommen wir in den Herz-Kreislauf-Verdauungsstoffwechsel. Die Nährstoffe gehen ins Blut über, werden dort ins Nervensystem gebracht und von dort aus im Körper verteilt. Da kann ich mich nicht frühs nur mit Schrott förmlich hinrichten. Da müssen wirklich energetische, mineralische Hochgelüste in den Körper gekommen sein, damit das möglich wird. Okay, ja, sehr schön. Also mittags ist die Hochzeit und dann geht es weiter mit Dünndarm. Genau, Herzzeit ist 13 Uhr abgeschlossen und dann kommen wir in die Dünndarm-Zeit. Der Dünndarm, so 5 Meter lang, würde ich jetzt mal sagen, Fußballfeld, große Oberfläche. Wenn man ihn aufklappen würde, geht 13 bis 15 Uhr. Das heißt, hier ist die Aufnahmefähigkeit von Nahrungsmitteln stark. Das heißt, hier können dann auch schwerverdauliche Sachen gegessen werden, Kochkost kann gegessen werden. Hier können tierische Eiweiße sehr gut verdaut werden. Nüsse können hier sehr gut verdaut werden. Und deswegen würde ich immer die gesunde Nahrung in den Vormittag hineinlegen. Zum Beispiel Raw Till 12 oder Rohkost bis um 2. Und am Nachmittag dann die Kochkost und die anderen Dinge. Dann haben wir einen besseren Energiestoffwechsel, der sich bezahlt macht bei uns in unserer Vitalität, in unserer Leistungsfähigkeit. Für alle, die nicht wissen, wo der Dünndarm steckt. Also erst kommt der Magen, dann kommt der Dünndarm und dann der Dickdarm und dann das dicke Ende. Andreas, der Dünndarm, der steht aber auch für die Wahrnehmung, für die Ehrlichkeit, für das Bauchgefühl. Lebe ich den Tag richtig oder lebe ich den Tag falsch? Da zeigt sich auch schon der Stress, wenn man früh falsch angefangen hat. Oder man den Job nicht gerne hat. Da denkt man drüber nach und sagt, ich mache den Job doch nur wegen dem Geld. Das ist doch nicht mein Ding. Warum finde ich nicht das, was mir gut tut? Da fängt man auch an zu grübeln. Okay, lass uns weitermachen. Jetzt geht es weiter mit der Blase. 15 bis 17 Uhr. Genau, die Dünndarmzeit endet 15 Uhr und dann beginnt die Blasezeit. Da gehen wir schon langsam in den Herbst hinein. Das heißt, hier fängt ein zweiter Entgiftungsvorgang in der Extrovertiertheit an. Das heißt, Blutreinigung über die Niere sozusagen. Über die Blase werden ja Säuren auch ausgelassen. Und das könnte natürlich heißen, dass wenn du ein sehr gesunder Mensch bist, Andreas, was kann da passieren? Ja, nochmal aufs Klo gehen. Ja, es kann sein, dass du da eine Zeit zwischen 15 und 19 Uhr ein zweites Mal Stuhlgang hast. Warum? Weil zwischen 17 und 19 Uhr ist ja auch die Nierenzeit. Also Blase geht über in Nierezeit. Entgiftungsstoffwechsel zweite Runde. Von dem Vormittag gegessenen acht Stunden später, kann man mal genau ausrechnen, könnte ein zweiter Ausscheidungszyklus stattfinden. Das wäre natürlich toll. Ich habe ungefähr zwei bis dreimal Stuhlgang pro Tag. Das ist wirklich schon fast zu gut. Aber mit zweimal habe ich immer. Okay, ja, also bei mir ist es auch so. Meistens, also ein-, zweimal, ich zähle auch gar nicht immer so mit. Aber ein- bis zweimal ist schon bei mir die Regel. Genau. Genau. So, die Niere ist 19 Uhr abgeschlossen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich da mal drüber spreche im Podcast, Florian. Wir sind doch hier unter uns. Wir sind ja unter uns. Alle haben uns im Ohr. Wir sind ganz persönlich. Wir sind alle nur Menschen. Und da können wir ruhig mal Tacheles reden. Ich glaube, ein Arzt würde mir sowas nie erzählen. Ja, ich glaube auch, ja. Ja, und in der Schule kommt es leider auch nicht dran. Ne, obwohl das ja so wichtig ist. Ja, wir lernen ja Dinge über uns. Und ja. Das gehört in die erste Klasse. Eigentlich schon, ne? Genau. Und damit sind wir jetzt im Prinzip auch schon einmal rum, ne? Richtig. Das heißt, und dann geht der Körper wieder in die Introvertiertheit. Das heißt, wir gehen von der Arbeit nach Hause oder sind schon zu Hause. Wir haben Freizeit. Wir haben Ausgleich. Wir fahren den Tag runter. Wir besinnen uns. Und kommen wieder in die Entgiftung hinein. Und diese Abläufe sind immer so. Ja. Die sind immer so. Und wenn ich die kenne, dann weiß ich, dass ich höchstens zwei- bis dreimal pro Tag esse. Dass ich ab 19 Uhr nichts mehr esse. Dadurch gut entgiften kann. Am Morgen erst ab 9, 10 Uhr wirklich mit fester Nahrung erst anfange. Dann hat der Körper die größte Zeit zum Entgiften. Die Nahrungsaufnahme ist die kürzeste Zeit. Wir haben dadurch einen viel besseren Energiestoffwechsel. Wir sind leistungsfähiger. Da können wir auch gerne mehr Geld verdienen, weil wir kreativer sind. Uns mehr einfällt. Und da muss ich noch nicht gleich der gesündeste Ernährungsküßler sein, Andreas. Hier geht es erstmal nur um das Verständnis der energetischen Artefakte. Wie sich das die Hände reicht. Ja, okay. Ja, also fasse ich zusammen. Wir haben also heute eine ganze Menge gelernt über uns selbst. Über das Zusammenspiel unserer Organe. Dass es da Naturgesetze gibt. Und dass es wichtig ist, die zu kennen. Denn wenn wir diese Regeln kennen, dann können wir für uns selbst ein Optimum Energie, Wohlbefinden und Leichtigkeit rausholen. Wir können dafür sorgen, dass unser Körper jung bleibt. Und ja, es macht Sinn, sich mit diesem Gesundheitskonzept für den Alltag auseinanderzusetzen. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, da gibt es auch eine Buchempfehlung. Und zwar heißt das Buch Die Organuhr. Die Organuhr und ist im GU-Verlag erschienen von Autorin Dagmar Hemm. Das Buch, das verwendest du auch, ne? Ja, das haben wir in unserem Seminar in Haselbach, genau. Genau. Also das wäre eine Empfehlung. Das verlinken wir auch in den Shownotes, also der Seite zu diesem Podcast. Wo du auch das Beispiel für die Organuhr findest, wenn du es mal anschauen möchtest. Aber wie gesagt, da gibt es ganz viele für im Netz kostenfrei zum Angucken. Ja, okay. Genau. Andreas, kennst du diese Regeln nicht? Passiert Folgendes. Du isst zum Beispiel abends zu spät. Du kommst nicht richtig in den Schlaf. Du bist am Morgen voll rückvergiftet, nicht ausgeschlafen. Du hast auch dann keinen schönen Blick drauf. Du bist schlecht gelaunt. Diese schlechte Laune zieht sich in den Tag hinein. Deine Mitarbeiter und alle, die dir alles reflektieren, sehen, du bist schlecht gelaunt. Also begegnen sie dir auch schlecht gelaunt. Diese schlecht gelaunte Phase zieht sich in den Abend hinein. Wir vergiften immer mehr. Der Körper lagert immer mehr Schlacken ein. Und das nimmt dann unseren Alterungsprozess, bringt den in Gange. Und wir sind jung, sehen aber eigentlich völlig alt aus. Das Strahlen in den Augen ist weg, der Zungenbelag, der Mundgeruch, die Körpergerüche. Und das zeigt sich dann in der Antiziagnostik im Gesicht. Das heißt, man kann dann im Verlauf der Fehler die Krankheit im Gesicht förmlich erkennen. Ja, und das ist ein gutes Stichwort. Da wollen wir dann im nächsten Podcast mal drüber sprechen. Ein hochspannendes Thema. Ja, super, das machen wir. Ja. Und was für mich wirklich die große Erkenntnis ist aus dieser Thematik, ist, dass es sich lohnt, früh ins Bett zu gehen. Dass es sich lohnt, auch hungrig ins Bett zu gehen. Denn der neue Tag fängt am Tag davor an. Ja. Und wenn man das versteht, dann überlegt man sich wirklich zweimal, ob man sich abends bis Ultimo noch irgendwelche Krimis reinpfeift oder stundenlang vor Tablet, Handy und Co. verbringt. Oder ob man sagt, nein, ich gehe jetzt ins Innere, denn die Wahrheit liegt im Innen und nicht im Außen. Viele suchen immer die Erkenntnis im Außen oder lassen sich gerne ablenken. Aber eigentlich ist die Wahrheit im Innen. Das heißt, es macht viel mehr Sinn, wirklich mal die Augen zu schließen, mal innen reinzugehen, mal zu hören und die Verbindung zu sich selbst herzustellen, als die ganze Zeit immer sich nach außen zu orientieren und ablenken zu lassen von den wesentlichen Dingen. Und das passt doch wunderbar zusammen, das im Rhythmus des Körpers auch zu tun. Und damit, du hast noch was? Ja, ich möchte noch einen Tipp jedem auf den Weg geben, Andreas. Wer mal erfahren möchte, wie seine Organo funktioniert und möchte sagen, mit was kann ich denn starten, da würde ich empfehlen, ab 19 Uhr mal nichts zu essen. Warum? Wir nennen das Intermittieren des Fasten. Dann fängst du an, am Morgen ganz feinstofflich aufzuwachen. Und dann kriegst du auch mit, wann braucht dein Körper erstmal Nahrung und wenn ja, welche Nahrung? Welche Nahrung nimmt dir Energie, welche Nahrung gibt dir Energie? Und mit diesem Spürsinn gehst du in den Tag hinein. Dadurch bewertest du deine Abläufe im Alltag ganz anders und völlig neu und bekommst ein inneres Bewusstsein. Und das trägt dich natürlich weiter in diesen vitalen Wegen im Leben. Ja, und so hast du ein Intermittierendes Fasten, was du im Prinzip jeden Tag machen kannst. Und das ist doch wirklich spannend. Okay, prima. Also es war eine Podcast-Folge voller Informationen wieder, ganz viele Möglichkeiten, einfach was Neues mal ausprobieren, seinen Gesundheitshorizont zu erweitern, diesmal mit der Organuhr. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, wenn wir uns mit dem Gesicht auseinandersetzen werden. Ja, und wenn du jemanden kennst, wo du sagst, boah, die Podcast-Folge, der sollte sich wirklich mal anhören, dann teil doch einfach den Podcast. Und wenn du Interesse hast an den Videos, weil heute der Tag ist, wo der Podcast gelauncht wurde, nochmal der Hinweis auf unser Geschenk, das wir während dieser Launch-Phase zur Verfügung stellen, wenn du nach iTunes gehst und dort eine Rezension, Bewertung hinterlässt, dann darf man einen Screenshot machen, den du uns zuschickst, dann bekommst du Zugriff auf vier Videos von Florian aus unseren Kursen, sind diese Videos, wo Florian genau zeigt, wie du einen gesunden Kaffee, eine Kaffee-Alternative machen kannst oder gesunde Milch-Alternative, Schokolade, sehr, sehr leckere Schokolade oder auch ein Rohkost-Eis. Dann klickst du einfach auf den Link in den Shownotes, da gibt es auch eine Anleitung, wie du das genau machst. Und dann sind wir jetzt durch, würde ich sagen, für heute bei der Gesundzeit. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist und sagen Tschau, dein Andreas Paffrat. Florian Sauer. Oder andersrum. Genau, bis ganz bald. Macht's gut, bis dann. Ciao, wir hören uns. Tschüss.